Der Mobilitätsmanager ist zentraler Ansprechpartner im Unternehmen, wenn es um die nachhaltige Mobilität geht. Seine Aufgabe ist es, betriebliche Mobilitätsströme zu messen und zu analysieren. Er schlägt Verbesserungsmaßnahmen vor und überwacht deren Umsetzung. Der Mobilitätsmanager ist Hauptansprechpartner für Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, die öffentliche Verwaltung sowie die Unternehmensleitung, wenn es um die nachhaltige Mobilität geht. Südtiroler Mobilitätspreis – sei Teil der Veränderung.